So, meine Freunde, es geht los, Nacht 49, Ladies and Gentlemen, let's rock. Mal gucken, wie weit wir kommen. 49 Tage ohne zu sterben bisher. Ich krieg schon mal als erstes einen radioaktiven, ne, zwei radioaktive Spideys. Wenn der erste, der irgendwo was kaputt macht, ja, der da. So, und es wird gespuckt von irgendwoher. Von da. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, die wollen es jetzt aber wissen, ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Gott, so viele Bullen. Das ist mies. Wow. Gott, so viele Bullen. Das ist ein radioaktiver. Ansonsten meine Mauer hier ringsrum noch ganz. Sieht eigentlich gut aus, ja? Oder wir haben sie ein bisschen randaliert. Holla! Komm hier die Mauer hoch! Boah! Die erste Welle war hart asozial. Obla! Musst auch treffen! Die kloppt doch tatsächlich von denen an die Wand! Also ich kann's einstecken, ne? Ne. Scheiße! Was ne Armee! Boah! Die sind weit gekommen diesmal. Die sind fucking weit gekommen. Ah, ist ja assi. Ich glaub das zu überleben. Hör auf uns backen. Ach Bob. Ja. noch einmal muni noch geht es einen moment Hi Frank Was ist denn da unten, Frankie? So, irgendwo habe ich einen Spider. Da. Komm, du stehst doch wieder auf. Lässt dich doch von einem Schuss nicht niederkriegen, oder wie? Komm, du stehst doch wieder auf. Oh, das war verzogen. Da fliegt sie. So sieht's scheiße aus. In der Luft nochmal einen mitgegeben. Oh Gott, der liegt. Was machst du oder ohne? Der sinkt. Kommt aber wieder. Habla. 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 Hey, Philipp. Pferde gesessen. Na. Hör halt auf, bis dann er weint. Die hat's erlegt. Da ist ein Bob. Ja, gibt's das denn? Ja. Seỡ halt. So work! Was thumbnail? Buh. Sבה. Buh. 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 Oh화� FR. Buh. Buh. Komm die Nachhute, die Asoziale. Wo ist dieser Spider, der da rumholt? Oh. Da. Kotzende Geier, bin ich zum Kotzen. Was soll das denn? Da kommen in der Nacht auch noch Schreizombies. Jetzt wird's aber Asozial. Ich weiß nicht wo. Unter mir. Nee, es ist die Fackel. Das hatte ich mir doch fast gedacht. Das ist nämlich auch nicht das erste Mal. Ah! Ja, schon durch. Da ist noch ein Treffer. Ja, ich kümmere mich erst mal um die Radioaktiven, macht ihr da einfach mal. Lass doch auf hier meine Spikes zu ruinieren. Ah, er ist auch schon gefallen. Meine Fresse, wir müssen reparieren, glaube ich. Holla. Upsa. Der Kopf wäre gut. Der Kopf hilft viel. Vielleicht müssen wir jetzt langsam über den Turret nachdenken. Bei eins, dass wir hier auch irgendwo anschließen mit einem separaten eigenen Schalter, was wir irgendwo hier hinstellen. Wenn ich merke, die kommen gerade so viel auf einmal. Dass wir Unterstützung brauchen. Bist du bescheuert? 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 So. Boah. Der ist heftig. Oh, die Alldut verlieren nur. So. Gleich vier Uhr, jetzt können wir aber mal aufhören. Ist aber mal gut hier. Okay. Okay. Okay.